Lokalsport Parchim wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Parchim. Vertraute Energie. Am 5. Januar wurde der Hallenboden der Fischerdammhalle in Parchim zum Glühen gebracht. Sechs Mannschaften traten im Hallenfußball beim 24. Universalbau Cup gegeneinander an. In Zusammenarbeit mit der Universalbau Parchim GmbH organisierte der Sportclub Parchim das Turnier. Für uns ist es immer ganz toll, das ist ein großes Event zum Jahresbeginn. Für die Männer ist es eine schöne Vorbereitung und für die Zuschauer ist es immer wieder ein tolles Event in Parchim, dass sie mal ein bisschen was erleben können. Ihr habt ja gesehen, die Halle ist total ausverkauft. Also von der Warte her freuen wir uns jedes Jahr auf dieses Event. 19 Uhr startete die Veranstaltung. Es wurden insgesamt 15 Spiele gespielt. Jedes Spiel hatte eine Spieldauer von 15 Minuten. Außerdem durfte mit der Bande gespielt werden. Welche Mannschaften beim Cup teilnehmen, ist jedes Jahr unterschiedlich. Wir wechseln in der Regel auch die Einladung mit den Mannschaften. Wir kamen früher eher so ein bisschen aus dem regionalen Bereich. Das heißt, wir haben hier im Landkreis Mannschaften eingeladen, weil wir den regionalen Bezug gerne haben wollten. Und dadurch, dass unsere Männermannschaft in der Landesliga relativ erfolgreich in diesem Jahr spielt, wollten wir auch dann mal etwas weiter oder weiter entfernte Mannschaften einladen, um auch ein bisschen das Niveau zu heben und natürlich auch Zuschauer mit tollem Fußball, tollem Hallenfußball anzulocken. Die Gastgebermannschaft, der SC Parchim, ist außerdem Titelverteidiger aus dem letzten Jahr. Dieses Mal gelang es den Parchimern jedoch nicht, den Titel zu verteidigen. Turniersieger wurde der 1. FC Neubrandenburg. Das nächste große Event im Hallenfußball findet am 28. Januar statt. Die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft in der Fischerdammhalle startet um 14 Uhr. Lokalsport Parchim wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Parchim. Vertraute Energie.